hallo hier spricht max ich will jetzt mit becky auch mal noch hühnchen rufe und ihr war marco michaeli du weißt wie viel auf youtube und dann habe ich noch aber dann hast du ziemlich ein bild von warum hast du nicht erwartet die frage wo ist sie du bist sogar und ich werde jetzt becky heute auch mal noch hühnchen rufe nicht mal melde kollege und freunde rebecca reusch und jetzt will ich jetzt mal sagen aber das teeny was du machst du bist ja noch heute und erst nerve herzting blüte erreichte julia ja unsere du jetzt frage ich mal warum nicht okay von dir und nicht mal anrufen wenn der tag der typ und dein vater dass ich finde nicht mal dass seine meinung und viele andere auf den und heftig müde er hat sie zu erwartungs an jürgen trowartungs an jürgen kaffee vergeht mal schrieb hin maxi team du bist ein wunder das heißt sie im opa dir und schneller ich höre nur eine abfragt dir entweder fertig gib mal wieviel tage und jetzt sagst du okay entschuldigung fehler machst du einfach und dir nicht einfach sagt okay fünf monate schaffen himmel kommst du jetzt mein und da okay treffe ich rede mit dir facebook und kein problem eine größer wird bin besser als meine warum machst du das und ich finde nicht meine neue frage jetzt unmöglich sind die schule aber ich muss auch mal ein bisschen zu sagen hätte heute einen tanzt ein kollege vorbei und die zelle ab also ich gebe dir jetzt gerade dir wenn ich meine dich marco michaeli sonst habe ich ein paar probleme polizei so jetzt fehlt noch eine frage hier fehlt noch mal zu dir sage eine wird richtig schöner wenn kein park du bist wunder ich habe gerade geschrieben jürgen trovato ich habe gefehlt aktuell gefunden ab du hast keinen ball rebecca reusch wenn mit der kommt zu dir jetzt heim oder ich vermisse dich so noch und dann jetzt ich habe dir gesagt ich rufe dich zu vermieter gehen die sitzung leute ich habe geschrieben hallo ich habe einen sohn von euch habe ihn und jetzt schreibt mir noch mal hin ich habe einen tipp für dich so jetzt frag dich mal der soll jetzt auf oder hierher kommen dann familie verhaftet und ich habe ja gesagt euch leute für theater und ich will jetzt noch nicht eingeht euch events wird morgen ja becky wo sind wir bb blocksberg versteh dich ich fahre sowieso ich habe lust mir ein scheiß noch deswegen vier tage pause wo hat er seine bahn kommt der früh ja nächste woche der flüchtlingsblüte hat mir mal fragt mich nicht mehr wie viel täter ist rate mal neu f so jetzt frag mal mehr wo jetzt frag mal mehr so jetzt stell mal nach was ich gesagt habe ich kann nicht sagen wer ist weil ich bis meine tonne heute richtig sauer ist ich auch bald ich kann euch nicht weiterfahren der unmöglich daher hier jetzt will ich euch sagen ich bin pur und stink sauer tell so hierfür überlege ich mir wieder hilfe ich kann einfach ja stimmt mit frage steckt dahinter ja frag ihn doch mal warum und nicht meine wahrheit sagt und jemand einfach okay ich lieb zu ihm brahab ja wie findest du sowas wie ist denn nun sage ich dir das ding sauer dumme bin noch mal zu fahren an alle gif hat mehr und er ding sauer weiß ich nicht warum er hatte stress mir mal aber ich kann euch nicht weiterfahren frag mich mal im blüte wir brauchen ein pause und das will ich euch mit alle er kommt nächste woche wieder verbrochen 29 und 2024 firma pause heißt das metall euch weil er macht anderen zu tun hat mehr braucht man sich mal mal abstand halten und ich verfolgen ich sehe noch nicht frei warum das problem ist für rebecca reusche davini nicht okay wenn die immer neue anlage und lüge fehlen und ja und das muss ich ja auch mal mit dann muss ich ja machen und jetzt mal meinen zusammenarbeit mit war dort die hobby detektiv jürgen trovato und ich finde ihn aber nicht okay wenn so hinterlistig treff meine frau beläst die und tussaut verarsche finde ich nicht okay warum zwei probleme löwe jetzt mache und das möchte ich auf einmal löwe neues anfangen den telegramm drin ich kann auch mal reinschauen da bin ich denn heute mitteilen alle mit mir zusammen und wie lange worte mal reinschauen bei ihm rebecca reusch keine reinsdorf in telegramm so jetzt will noch mal zwei tage ein becky rolf tochter der ist ding sauer auf dich immer noch du weißt was passiert wird ein vulkan metall was wird im vulkan metall also und nicht mehr selbst machen was ihr rumgezählt wird warum ich will nicht angehen aber ich finde nicht okay so und jetzt mitteilungen ein bisschen ich frage nicht so in der firma witz warum erzählst warum hier drin euch er braucht meine tochter und paluten